Das deutsche Alphabet umfasst 26 Grundbuchstaben. Hinzu kommen die drei Umlaute, so wie das SZ. Das SZ wird auch als scharfes S bezeichnet. Das Alphabet A A wie Apfel A wie Apfel Der Apfel ist rot. Der Apfel schmeckt süß. Ich esse einen Apfel. B B wie Buch B wie Buch Das Buch ist spannend. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Der Clown ist lustig. Der Clown ist traurig. Der Clown arbeitet im Zirkus. Der Clown arbeitet im Zirkus. D D wie Deutschland. D wie Deutschland. Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. E E E wie Elefant. E wie Elefant. E wie Elefant. Der Elefant ist grau. Der Elefant ist grau. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist groß. Der Elefant ist schwer. F F F wie Fisch. F wie Fisch. Der Fisch ist gelb. Der Fisch ist klein. Der Fisch ist klein. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch schwimmt im Wasser. G G G G wie Gitarre. G wie Gitarre. Die Gitarre ist ein Instrument. Die Gitarre ist ein Instrument. Die Gitarre hat sechs Seiten. Die Gitarre hat sechs Seiten. G G G G G Ich spiele Gitarre. H wie Hund. Der Hund ist groß. Der Hund ist klein. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. I wie Italien. Italien ist ein beliebtes Urlaubsland. Rom liegt in Italien. Rom liegt in Italien. Ich fahre nach Italien. J wie Jacke. J wie Jacke. Die Jacke ist alt. Die Jacke ist neu. Die Jacke ist neu. Ich kaufe eine neue Jacke. K wie Kaffee. K wie Kaffee. Der Kaffee ist schwarz. Der Kaffee schmeckt gut. Der Kaffee schmeckt gut. Ich trinke einen Kaffee. L wie Liebe. L wie Liebe. Die Liebe ist schön. Die Liebe tut manchmal weh. Ich liebe die Liebe. Ich liebe die Liebe. M wie Mann. Der Mann ist jung. Der Mann ist alt. Der Mann ist alt. Ich liebe meinen Mann. N wie Nordpol. Am Nordpol ist es kalt. Am Nordpol leben Eisbären. Am Nordpol gibt es keine Pinguine. Am Nordpol gibt es keine Pinguine. O wie Orange. Die Orange ist orange. Die Orange ist eine Frucht. Ich esse eine Orange. Ich esse eine Orange. P wie Pizza. Die Pizza ist rund. Die Pizza schmeckt lecker. Ich esse eine Pizza. Kuh. Kuh wie Quellwasser. Kuh wie Quellwasser. Das Quellwasser ist kalt. Das Quellwasser ist gesund. Das Quellwasser ist gesund. Ich trinke Quellwasser. R R wie Regenbogen. Der Regenbogen ist bunt. Der Regenbogen ist ein Halbkreis. Der Regenbogen ist ein Halbkreis. Ich sehe einen Regenbogen. S S wie Sonne. Die Sonne ist ein Stern. Die Sonne ist heiß. Die Sonne ist heiß. Ich liege in der Sonne. Tee Tee wie Tee. Tee wie Tee. Der Tee ist heiß. Der Tee ist heiß. Der Tee schmeckt nicht gut. Der Tee schmeckt nicht gut. Ich trinke einen Tee. Ich trinke einen Tee. U U U wie Urlaub. U wie Urlaub. Der Urlaub macht Spaß. Der Urlaub ist teuer. Ich fliege in den Urlaub. Ich fliege in den Urlaub. V V V V wie Vogel. V wie Vogel. Der Vogel ist klein. Der Vogel ist klein. Der Vogel singt schön. Der Vogel singt schön. Der Vogel fliegt. Der Vogel fliegt. Weh. Weh. Weh wie Wasser. Weh wie Wasser. Das Wasser ist blau. Das Wasser ist blau. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Ich schwimme im Wasser. Ich schwimme im Wasser. X X X X wie Xandra. X wie Xandra. Xandra ist ein Name. Xandra ist ein Name. Xandra ist die Kurzform von Alexandra. Ich heiße Xandra. Y Y Y Y Y Yoga 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 ist eine Form der Meditation. Yoga ist eine Form der Meditation. Meditation. Yoga ist anstrengend. Ich mache Yoga. Z wie Zebra. Das Zebra ist gestreift. Das Zebra ist gestreift. Das Zebra lebt in Afrika. Das Zebra ist ein Säugetier. Das Zebra ist ein Säugetier. Die Umlaute. Ä wie Äpfel. Ä wie Äpfel. Die Äpfel sind rot. Die Äpfel hängen am Baum. Die Äpfel hängen am Baum. Ich liebe Äpfel. Ö wie Öl. Öl benutzt man zum Kochen. Olivenöl ist gesund. Olivenöl ist gesund. Ich koche mit Öl. Ö wie Überraschung. Das ist eine schöne Überraschung. Die Überraschung ist gelungen. Ich mag Überraschungen. Ich mag Überraschungen. Das SZ. Scharfes S. SZ. 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 Wie Füße. SZ. Wie Füße. Menschen haben zwei Füße. Menschen haben zwei Füße. Ein Hund hat vier Pfoten und keine Füße. Ich habe zwei Füße. Ein Hund hat vier Pfoten und keine Füße. Ich habe zwei Füße. Ich habe zwei Füße. Jetzt kommt das ganze Alphabet. Sprich mir nach. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, S. Kennst du noch weitere Wörter? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal.